Die Krabber weiss ich auch nicht was ich davon halte, die ist so Du musst halt Headshotten mit der, dann ist sie halt instant down Ja Also ich sag mal so, die macht Spaß Ja, aber du musst halt mit der Headshotten Ich find's nicht nützlich, aber ich find's schön und witzig Problem ist, damit kriegst du halt nie einen Squad down Oder sowas, du musst halt wirklich für die extreme Range ungebeobachtet Da sind welche an der Zip-Line Gehen da hin Da sind jetzt Damenhaus Moment mal, die sind übelst außerhalb der Zone Ja Wir sind hier auf jeden Fall drin Ne, wir sind noch nicht dran befasst Ja, großartig Die sind da unten rumlaufen Sind zu Haus reingelaufen, mitten zwei raus Das ist mal die Bangalore, die ist ganz schön schnell Komm, noch einer Treff noch nicht Geht Geht Bin unfähig Sind da unten drunter Moni hab ich genug, tatsächlich Alle sind hier unfähig Alle sind hier unfähig Es sind zwei Squads, glaub ich, oder? Ne Ich hab nur drei Leute gesehen Läuft er komplett hoch Was ist hinter uns ausschauen Wir sollten uns einfach wegmoven hier jetzt Also ich seh nämlich niemanden hinter den Bäumen Der Ring braucht noch, der schließt sich noch gar nicht, oder? Das ist richtig Ring Closing, da hast du sonst den Balken Ich hab auch blind getroffen Den treffe ich dann wieder im blinden Schuss Da sind noch drei Lootcontainer, bei mir spawningen Ja komm, alter, lass gehen Was ist eigentlich meine Ulti? Ist das irgendwie so ein Bombardement oder sowas? Sony, Hallihallo, deine Ulti ist ein Bombardement, genau Damit kannst du dich aber schützen Du kannst dich damit schützen Mit dem Mit dem passiven Äh, mit meinem Kuh Meinen Schütz davor Äh, tatsächlich ist es auch Nihanihallo Und ja, es fällt heute leichter Nach den ersten drei Runden haben wir zwei gewonnen Danach zwar nicht mehr so gut, aber Die ersten Runden gibt es müßig Wie gut, wenn du gesandwich wirst, hä? Dann wirst du halt zum Sandwich verarbeitet Hier ist gelootet Hm Wir haben uns unsere Fähigkeiten nicht mehr unterwissen, wo es hingeht, ne? Hm, ja Ja, Pathfinder ist doch schon sehr nützlich Dann kannst du halt so früh move'n Ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen hinter uns los, ich komme die von und da Schick doch mal jemanden da hin Schick doch mal jemanden da hin Schick doch mal jemanden da hin Ich bin nur so auf jeden Fall noch gefaltet Ja, der kommt doch Uff Uff Ne, der willst du nicht lang gehen Haben gesmoked Mo, gib mir halt sogar ne ne Schwaben Deckung Ne Option, da reinzuschauen Ne, die sind weit weg Die gehen andersrum, glaube ich Die gehen einfach rechts rum Ne, die werfen gerade Nades What? Warum wirfen denn dann Nades? Oh, die sind über uns Nein, 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 nein Nicht fighten nicht im canyon fighten, die sind über uns Die haben dort das Ding hingeballert Die zipline Deswegen, nicht im Canyon fighten. Von mir aus, wenn sie rauskommen, aber nicht im Canyon. Da haben die mit der Sippland den übelsten Vorteil. Kommen die noch da oben irgendwie sowas? Nee, ganz nach oben kommen sie nicht. Guck mal, da drüben. Soll ich da drüben gucken? Das ist gerade auch runtergekommen. Drop. Ja, aber das ist noch ein World Drop. Da ist niemand dran. Bin ich so ein Fan von dem, was wir hier tun, tatsächlich. Ja. Du willst jetzt hier abcampen, oder? Wir haben aber halt schon geballert. Das ist ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Dann lass mal auf, einfach weiter. Von hinten schau. Bist du? Nee, von der Seite. Kommen sie von zwei Seiten. Ich glaube, die haben sich aufgeteilt, tatsächlich. Ja, kommen von zwei Seiten. Über uns. Alter, wie lange bürgt man denn, wenn man einmal durchgelaufen ist? Eine Zeit lang. Von wo bin sie? Ah, ich bin runtergefallen. Über uns halt. Über uns halt. Keine Schilde mehr. Oh no. Da die Ult uns nicht verletzen kann, nur dich Marvin. Ich heile mich kurz meine Schilde. Schilde. Hier, hier. Siehst du mich dauernd? Geht mich dauernd? Oh, hinter uns. Oh, ich habe mir eine eigene Granate reingelaufen. Ich habe mich vor den Trottel. Hinter dir, hinter dir. von allen Seiten gerade. Das war jetzt nicht. Komm rein, komm rein. Nee, kommt noch nicht. Jetzt kommt er wieder rein. Nice. Da sind wir noch wieder zwei Squads, oder? Das sind wir noch wieder zwei Squads, oder? Ja. Hier ist auch ein... Oh, da ist ja der Phoenix Kid. Arx da. Es gibt mir die Arx da. Oh, hier war ein Dick. Moment. Das war Quatsch. Habe ich da jetzt mitgenommen? Das ist Quatsch. Optik hier. Close Range. Barrel Stabilizer. Hm. Shotgun Rounds, Helmets. High Ranges. Eigentlich noch mehr Leute? Nee, das war doch nicht. Alter, ich habe das Gefühl gehabt, das sind sechs Leute, die hier rumspringen. Hier ist noch Epic Armor. Ihr habt schon Epic Armor. Wir haben alle Epic Armor, ja. Ich gucke immer noch, ob jemand aus dem Canyon kommt. Ich... Das könnten die aber auch gewesen sein, oder? Können die tatsächlich gewesen sein, ja. Die sind halt zur Nachricht sowieso gegangen. Die wollten sich halt aufteilen, um uns hier zu flanken, an der Stelle. Ist eigentlich ziemlich schlau gewesen. Der Woodrow hat übrigens immer noch... Der Woodrow hat übrigens immer noch... Der Woodrow hat übrigens immer noch niemand gelogen. Der Woodrow hat übrigens immer gelootet. Der Woodrow hat übrigens immer noch nicht gelootet. Und der ist auch instant gelootet, ja. Der ist blauer. Ich verstehe. Da ist direkt dahinter. Da ist eine Bäume zwischen. Sieht man nicht. Ja. Sieht man schwer auf jeden Fall, ja. Da sind sie, die laufen jetzt gerade rechts bei dem Ding da lang. Ungefähr da. Ich habe nur einmal geschossen, wenn ich dafür den Hit gehen wollte. Wow. Von rechts. Von rechts. Unten. Von mehreren Seiten geschossen. Der hat ne fucking gelbe Arm oder Wexler. Wo, 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 wo. Der hat vielleicht ein paar viele kleine Schildzellen. Ahem. Wir müssen eigentlich bloß die Schildi verteidigen tatsächlich, aktuell. Und ein bisschen mit einmischen, wenn da irgendwo gefeitet wird, würde ich sagen. Moment, von wo, wo wirst du denn beschossen. Da oben drin. Der unten hat keine Armour mehr. Irgendwann ich den anderen mit einmischen tatsächlich hauptsächlich. Bei der Party da oben. Na die pushen gerade die anderen da oben. Habe ich einen genockt? LOL. Hast du? Ja ich habe da hinten einen genockt. Da. Beim Weckern habe ich da einen genockt. Da habe ich schon auf den nächsten gezielt, da wurde der genockt. Die laufen hier, die kommen ran, die kommen ran, die kommen ran. Die sind hier vorne. Oh Gott. Die sind unter uns. Die sind schon unten drin oder? Die sind unter uns. Die sind unter uns. ... Bekkolo holt. Jetzt aber. Achtung Axt Zwei andere Squads Es ist das letzte Squad Oh, der hat das dicke Schild gehabt Oh, der hätte auch den Legi-Helm auch Ich habe jetzt drei Legi-Teile Ich habe nichts zum Schnellheilen, ne? Kann ihm was geben Ich habe vier Können wir auch noch was holen? Wenn die noch was hatten, kann ich mir das auch selber holen Wenn die noch irgendwie große Schildzellen hatten Ne, ich habe das genommen Achso Dann gib her Also ein, zwei reicht mir ja schon Mich halt alles schnell Danke Ah, ich brauche eine Weile Die müssen irgendwo da drüben sein eigentlich Oh, die sind schon vor unserem Haus Die andere Option Das einzige Haus da unten, ne? Ja Es sind noch, es sind noch zwei Squads, ne? Stimmt Aber wir haben da gerade schon welche gefinisht Von dem 1-Quad Ja Ich glaube ich habe Da, da, da Die Maus Der hat keine Arme mehr Ist er gedauert? Habe ihn gefinisht ... Im Wasser, wollte gerade sagen Bei mir im Wasser glaube ich Der ist im, der ist bei dem Haus beim Haus Der ist drin Ich habe keine Granate mehr Da ist noch mehr drin Im Haus Ich habe mich angeschossen Ich habe einen getillt da kann der hat schon wieder schrotflinte ins gesicht das ist richtig gut ja das ist richtig gut richtig richtig gut durch die dächer und die ganzen kritzen schießen kannst wenn du das bedrohungsding hast du siehst du so gut also ich habe auch nur damit schon nur einen kill ja wie es alles abgesnackt es besser auch von dem einen typen geloht der hatte legy helm und legy rüstung aber das war glaube ich irrelevante am ende da war dann schon so viele da und dann ich habe die und der drohungsgeräusche haben das unterstattet das war meine ulkuss bangalow